Du sagst, du hast noch Farbe drauf aus den Händen. Mal sehen, ob man die auch gleich mit wegkriegt. Ja, mal versuchen wir mal. Okay, also der Svenny, jetzt möchte ich dir mal den Zeitgarten vorstellen. Das ist ein Reinigungsgerät, was jetzt für Schmutzung eigentlich ist für das Gesicht recht gut geeignet, aber auch für die Ellenbogen oder kannst du es auch für die Hände nehmen. Und interessant ist, das hat abgerundete Burstenfilamente, die sehr schonend und sanft sind, hat eine Oszillation, also es rotiert nicht, sondern mit über 5000 Schwingungen schwingen die Filamente hin und her. Das siehst du ja auch auf so einer Feinstrumpfhose, dass das jetzt ja keine Verletzungen daran gibt. Das ist eben sehr sanft. So, dann kann man auch mal einen Test machen jetzt auf dieser Orange hier mit so einem Kajalstift. Ja, ein bisschen Wasser. Klecks Reinigungsgel. Du sollst es bald reinmachen. Ich will das ja erst mal testen, dass er Mut bekommt, das Svenny. Tut nicht weh. Tut also, sagen wir mal, ja, nicht weh. Und selbst aus diesen Poren hier, ja, wird jetzt, sagen wir mal, der Schmutz komplett entfernt. Ja, das ist hier auch sehr grob porig hier. Das wäre mal Geburtstausgeschenk für Svenny, wir legen alle zusammen. Ja, ja, weil ich die Gruppe bohren im Gesicht dabei. Für die Hände, weil du musst so viel arbeiten immer. Poren rein, ja. So, Poren rein hier wieder, der Kamerad. So, dann würde ich bloß mal... Ich mach mal hier ein bisschen Lippenstift. Wenn du die abhielst, meine Frau schlägt mich. Heading, permanent Marker hier, Autoschmierer haben wir hier jetzt leider nicht dabei. Aber ein bisschen Lack und Farbe ist hier noch drauf. Mal sehen, ob das, das ist auch gut, Eyeliner, ja. Das geht ab, schwarzen Ettingen, weiß ich nicht. Schwarzen Ettingen haben wir. Ja, Kugelschreiber ist hier auch noch. So, und jetzt würde ich mal... Wie hat man das aus, Sven? 11,88. Ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Und jetzt nehmen wir mal das Reinigungskehl, ja, was jetzt fettlösend ist und so weiter. Machen Klecks drauf und jetzt versuchen wir mal, das mit der Hand abzureinigen. Also man sieht, es geht auch, aber man muss schon eine Weile ruppeln. Es bleiben also, ja, Rückstände. So, jetzt probieren wir mit dem Gerät ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Ein Klecks von dem Gel. So, man verspricht das Gerät ein Gesicht von einer Frau, geschminkt, in einer Minute abgereinigt. Also hier sieht man schon, Sven ist das ja sanft. Ja, man merkt es nüchtern, ist das sanft. Okay, das machen wir auch gleich nicht weg. Ja, 20 Sekunden, jetzt wechselt man die Gesichtshälfte. Guck mal, wie Farbe, hast du Farbe an den Händen? Ja, die Farbe, das geht alles hier. Das ist doch lustig, oder? Das ist ja wie eine Frauenhand jetzt, ne? So, jetzt wartet das noch mal eine Minute, ja, dann schaltet sich das automatisch ab und jetzt machen wir auch noch ein bisschen. Das war ja wieder mal ein Männer-Hardport-Test, ja. Was sagst du? Die weiße Farbe ist noch dran, gucke. Das ist ja edellack, ne? Aber ein bisschen ist er abgehangen, ne, der weiße Lack.